Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich bin froh, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ihr seht jetzt den Podcast vom Stricken und DIY von Elisa. Ich komme aus Koblenz, bin 72 noch, 72 Jahre alt und handarbeite für mein Leben gern. Seitdem ich im Ruhestand bin, habe ich auch sehr viel Zeit dazu. So, alles was ich euch heute in die Kamera halte, habe ich selbst erworben. Denn doch eine Sache ist dabei, die habe ich gewonnen und das werde ich dann aber auch erwähnen. Ich habe in dieser Woche eine ganze Menge Sachen gemacht und zwar habe ich mich vorbereitet auf eine Woche, eine Nähwoche. Das heißt, in der nächsten Woche wird es keinen Podcast geben und ich hoffe, dass ich euch dann in der darauffolgenden Woche zeigen kann, was ich in dieser Nähwoche alles genäht habe. Wir treffen uns mit vielen Frauen in einem kleinen Ort am Rhein und genießen die Zeit, gemeinsam zu nähen. Es näht jeder etwas anderes, das, wozu er Lust hat, aber es gibt auch ein paar Kurse. Also zu nennen ist zum Beispiel ein Handnähkurs. Ja, ich glaube, dann gibt es auch Maschinenquilten. Also es werden verschiedene Sachen angeboten. Und es sind Teilnehmer dort aus ganz Deutschland. Ich habe also gelesen auf der Teilnehmerliste, dass es Frauen gibt, die aus München anreisen. Es gibt Frauen, die kommen ja von der holländischen Grenze, aus der Eifel. Und ja, man kennt sich oder man lernt sich dort kennen. Es gibt nämlich eigentlich fast jedes Jahr, in den Corona-Jahren war es ja leider nicht möglich, aber in den Jahren davor gab es immer wieder jedes Jahr ein Nähtreffen. Und zwar dauert das eine ganze Woche. Und wir sind dort gut untergebracht und werden dort gut verpflegt und haben den ganzen Tag Zeit zum Nähen oder sich über Handarbeiten zu unterhalten. So, und für diese Woche habe ich mich vorbereitet, und zwar der Gestalt, dass ich verschiedene... Einmal treffe ich Freundinnen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Denen habe ich ein kleines Geschenk gemacht, das zu ihnen passt. Und zum anderen habe ich aber auch meine Stoffe sortiert. Das heißt, ich habe ja vor, an diesem Handapplikationskurs teilzunehmen. Und da braucht man immer eine Reihe von kleinen Mösterchen, also kleinen Stoffstückchen. Und da habe ich jetzt wirklich meine Kisten einmal aufgeräumt und habe die Stoffe geordnet. Das muss alle Jahre mal sein, sonst verliert man auch den Überblick. So, bei der Gelegenheit habe ich auch zwei Nadelkissen hergestellt, die ich euch jetzt zeige. Und da ist mir was ganz Dummes passiert. Also, ich habe zuerst dieses Nadelkissen gemacht und habe mir dann überlegt, ein Tutorial zu filmen und habe dann ein Tutorial gefilmt von einem zweiten Nadelkissen. Und als mein Enkel das gestern hochladen wollte, da mussten wir feststellen, dass bei den Videos einiges schiefgelaufen war. Und deswegen musste ich die einzelnen Videos wieder löschen. Aber ich erkläre euch jetzt ein bisschen, wie ich dieses Nadelkissen gemacht habe. Zunächst habe ich eine Hexagonblume genäht. Und zwar werden also kleine Stoffstücke in der Größe hier 4x4 cm, die werden um Pappe herumgenäht. Pappe, die in Hexagonform ausgeschnitten ist. Und davon werden sieben Stück hergestellt. Eins für die Mitte und sechs für außenrum. So, und dann habe ich einen neutralen Stoff genommen. Also hier in dem Fall diesen gepunkteten. Und habe dann zwei Kreise darauf gezeichnet. Dann wurde die Hexagonblume in die Mitte des Kreises genäht. Danach wurden die beiden Stoffe, die beiden Kreise rechts auf rechts übereinander gelegt. Wurden aufeinander gesteppt, gewendet und mit Füllwatte gefüllt. Nachdem das geschehen war, habe ich dann hier diese Fäden gespannt. Das ist Sticktwist. Um diese Einteilung zu bekommen, habe das Nadelkissen mit zwei Knöpfen versehen, um es zu befestigen. Danach habe ich einen Knopflochstich außenrum gestickt. Dann entstehen immer solche Schlingen. Da wurden dann zwei Reihen feste Maschen reingehäkelt. Und dann hier diese Zackenspitze. Also die Videos waren alle ganz schön, bis auf die letzten beiden. Also hier bei diesem Arbeitsschritt und bei diesem ist dann etwas schief gegangen, sodass ich das Video leider nicht hochladen kann. Wenn ich mal Zeit habe, wenn ich wieder zurück bin von meiner Nähwoche, dann versuche ich das Ganze noch einmal, denn man braucht immer mal ein kleines Geschenk für eine nähende Freundin. Jetzt habe ich zwei, die werde ich also mitnehmen zur Nähwoche und werde die beiden dann erst einmal verschenken. Und nachher, wenn ich zurück bin, zeige ich euch erst einmal meine Ergebnisse und zum anderen zeige ich euch dann ein Tutorial, in dem ich ein neues Nadelkissen herstelle. Letztlich mache ich das sehr gerne und insofern macht es mir nicht viel aus, noch ein drittes Nadelkissen zu machen. In der Art habe ich schon öfter welche gemacht und habe sie verschenkt, habe sie sogar auch hier in diesen freien Stellen bestickt. Mal sehen, wie ich es mache. So, dann habe ich diese Woche mehrere Utensilos hergestellt. Und zwar fand ich in meinen Stoffvorräten Softshell und diesen Stoff habe ich diese Woche vernäht, damit der schon mal aus meinem Vorrat rauskommt. Zwei dieser Utensilos habe ich schon verschenkt und eins habe ich selbst behalten und zwar dieses. Also außenrum ist der Softshellstoff. Die finde ich immer so sehr schön bunt, außerdem auch praktisch, man kann sie mal ein bisschen abwischen. Ja, und innen drin habe ich verwendet einen Damast von einer alten Tischdecke, die ich gelb gefärbt hatte. Hier könnt ihr es noch ganz gut sehen, das Muster der Damast-Tischdecke. Also bei der Decke, die konnte ich nicht mehr verwahren, die konnte ich nicht mehr auflegen, weil am Rand der Decke schadhafte Stellen waren. Und bevor ich den ganzen Stoff dann wegwerfe, färbe ich es lieber und verbrauche den Stoff dann, ja, hier zum Beispiel für das Innenfutter. So, in dem Utensilo findet ihr ein neues Strickprojekt. Das nehme ich jetzt einmal raus. Und zwar habe ich mir mal wieder dieses Buch angesehen, Statements stricken. Ich habe es jetzt hier gerade nicht zur Hand, ich müsste aufstehen. Und da fand ich so einen wunderschönen Kragen. Also das, ich weiß gar nicht, was da drüber steht. Ich glaube, da steht nicht Kragen. Ich nehme es doch einmal zur Hand. Moment. Jetzt muss ich es auch auf Anhieb finden. Also es ist dieses Buch, das ich ja so sehr liebe. Davon habe ich auch noch einen weiteren Band. Und da hole ich mir ja immer gerne Anregungen. Und diesmal für, wie immer, wenn man das gerne direkt zur Hand hätte, dann dauert es eine Weile, bis man es findet. Ach, und zwar heißt das also Pseudopulli. Ich zeige ihn euch mal in die Kamera. Ich muss jetzt nur auf der anderen Seite etwas drüber decken. Das ist also ein Pseudopulli. Und sowas in der Art möchte ich mir gerne stricken. Ich habe es immer gerne warm um den Hals. Und deswegen finde ich dieses Projekt genau geeignet für mich. Also diesen Pseudopulli stricke ich aus einer wunderschönen Wolle. Und zwar hatte ich mir die bestellt bei Wuhlhaus.de. Ich finde die Wolle von Wuhlhaus ja ohnehin so sehr, 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 sehr schön. Ich zeige euch mal. Ich habe also mehrere Farben bestellt. Und zwar einmal diese Farbe, die ich hier verstricke. Das hat die Farbnummer 4942. Dann habe ich mir die Wolle hier mit der Farbnummer 4945 bestellt. Und diese Wolle mit der Farbnummer 4949. Und aus diesen drei Farben möchte ich mir gerne diesen Pseudopulli stricken. Angefangen habe ich schon mal hier mit dem Kragen. Das ist also ein Rollkragen, der da entsteht. Der hat aber noch nicht die richtige Länge. Ich habe den mal anprobiert. Mir ist das jetzt hier noch ein bisschen zu klein. Und dann werde ich mir aus diesem Buch verschiedene Muster raussuchen. Und werde dann in Vereilstil so einen Pseudopulli stricken. Ich nenne euch mal. Und zwar ist diese Wolle, die ist von King Cole, wie gesagt, bei Wuhlhaus zu erhalten. Und zwar heißt sie Homespun Double Knitting. Also von King Cole. Nur zu empfehlen. Wunderschön weich. Und was ich also finde, sie lässt sich wunderbar verstricken. Was mir besonders gut gefällt, das ist dieser Tweet-Effekt hier. Da sind also immer solche Nupsis drin, in verschiedenen Farben, teilweise dunkel, aber auch helle Stellen. Und das gefällt mir so sehr gut. Hier in diesem hellblauen sind grüne und braune und ockerfarbene Nupsis. Hier sind weiße drin. Hier also nicht ganz weiß, so cremefarben. Dann gibt es dunkelbraune Stellen und ja, auf diesen Pseudopulli, da freue ich mich ganz besonders. So, das Projekt kommt jetzt wieder in mein Utensilo. So, die Wolle stecke ich nochmal wieder zurück. Da habe ich so eine Box hier stehen. Ja, vor allen Dingen, also mir macht ja dieses Vereinstricken so viel Spaß, das glaubt ihr gar nicht. Also ich habe ja mittlerweile das raus, wie man also die Fäden wunderschön hinten auch so verdreht, dass also keine langen Spannfäden entstehen. Ja, und weil mir dieses Vereinstricken so viel Freude macht, habe ich diese Woche auch ein Muster selbst entworfen. So wie beim letzten Mal bei den Herzenstulpen. Die habe ich übrigens zum Valentinstag einer netten jungen Frau verschenkt, die zu mir kommt und Deutschunterricht nimmt. Also ich bin da gefragt worden, ob ich bereit wäre, einer ausländischen Mitbürgerin, die erst vor vier Wochen nach Deutschland gekommen ist, ob ich ihr Deutsch beibringen möchte. Und das macht mir auch richtig Spaß. Und vor allen Dingen, diese junge Frau, die hat auch Interesse am Stricken, sodass wir, dass ich ihr auch das Stricken beibringe. Und sie hat also sehr viel Freude dran. Und zwar habe ich jetzt, damit sie nachher ein schönes Stück hat, habe ich ihr Maschen angeschlagen für einen Lob. Und zwar aus einer Wolle, die ich noch in meinem Vorrat hatte. Und bis jetzt hat sie gelernt, rechte Maschen stricken, linke Maschen stricken. Und gestern war sie hier, da haben wir ein Lochmuster gestrickt. Also ich habe ihr gezeigt, wie man Löcher macht. Also mit Umschlag und zwei Zusammenstricken. Ja, und da sie am Valentinstag auch bei mir war, hatte ich ihr die Herzchenstulpen geschenkt. Oder vielmehr, ich hatte ihr gesagt, sie darf sich von den Stulpen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, welche aussuchen. Und dann hat sie sich die grünen mit den roten Herzchen ausgesucht. Kann ich verstehen. So, und ich habe jetzt, weil ich auch nochmal gerne Stulpen gehabt hätte, habe ich auch nochmal ein Vereinmuster entworfen. Und zwar in meinem Knitting-Eyesharts-Programm, das von S-Designs stammt, und zwar in Lisas Stulpen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch davon einen Screenshot machen. Dazu habt ihr jetzt Gelegenheit. Und jetzt zeige ich euch das erste Werk, das ich gestrickt habe, sieht so aus. Und zwar habe ich genommen die Wolle aus Lettland, aus Riga, von Hobbywool. Also die ist zwar sehr robust, die Wolle, aber das Stricken von Vereil, das geht mit dieser Wolle besonders gut. Weil, ja, die Wolle verhakt sich sofort, weil sie so robust ist. Also ich habe zwei Farben gewählt, einmal dieses Lila und dann dieses Pinkfarbene. Und habe diesen Stulpen gestrickt, oder diese, heißt ja die Stulpe. Also diese, diese Stulpe gestrickt. Und dann habe ich, aber weil meine Tochter schon gerne auch diese Stulpen möchte, aber nicht so lang haben wollte, habe ich sie also noch einmal nur bis zur Hälfte des Musters gestrickt. Also bis hierhin. Und schaut mal, ich finde das sieht also auch sehr schön aus. Ich ziehe mal beide an. Die werden also für mich werden, weil ich es ganz gerne ein bisschen länger habe. Also das Muster so abgestrickt, wie es auf dem Eischart zu sehen ist. Und hier nur bis zur Hälfte gestrickt. Hier das Muster in der Mitte kommt nur einmal vor. Die Stulpen werden für meine Tochter werden. Also wenn sie euch gefallen, dann spult nochmal zurück und macht euch einen Screenshot. Ja, diese Woche hatte ich sehr viel Zeit zum Räumen, Stricken. Ich hatte wenig Termine, also nur einen einzigen und das tut manchmal auch ganz gut. Und deswegen kam ich also sowohl zum Nähen, zum Aufräumen und zum Stricken. So, was habe ich heute an? Wieder ein ganz altes Tuch. Ich weiß gar nicht, aber ich schätze, dass dieses Tuch hier nah 20 Jahre alt ist. Und zwar ist es gestrickt aus einer Wolle, die ja in einem Supermarkt gekauft ist. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, welches Garn das genau ist. Also es ist so ein Garn, das wie gesagt in den Supermärkten auch angeboten wird. Ich schätze, dass es mit Nadelstärke 3 oder 4 gestrickt ist. Und was ich aber noch sehen kann, also hier sind Streifen reingemacht. Das hatte keine Vorlage, das ist gestrickt worden, einfach nach eigenem Gutdünken. Und zwar hat es hier auf der einen Seite eine gerade Kante. Auf der anderen Seite wurde immer in den Hinreihen zugenommen. Und als es dann eine schöne Größe hatte, hat jetzt, ich probiere es mal aus, so etwa meine Spannweite. Ja, nach Leonardo da Vinci ist das jetzt, ja hier ist ein bisschen weiter. Also ich bin 1,58 groß und ich nehme an, dass dieses Tuch, also ihr seht ja hier, es ist also nicht ganz gespannt, wenn ich die Arme ausbreite. Ich schätze, dass das hier eine Kante hat von etwa 1,70 Meter, nehme ich an. Das Tuch trage ich also immer sehr, sehr gerne. Gerade wenn ich also graue Oberteile und schwarze Oberteile anhabe. Weiße besitze ich, glaube ich, keine. Ich ziehe einfach nicht gerne weiß an. Also auf schwarz, man kann es auch auf, ja, auf so einen Salbeitton, den hätte ich auch im Schrank, kann ich es auch tragen. Jedenfalls, also das Tuch, das ist so angenehm. Ich glaube, es hat einen Wollanteil, dieses Garn, aber auch Polyester. Da vertut sich überhaupt nichts, das ist schon x-mal gewaschen und das behält immer seine Form. Also wirklich, man muss nicht immer nur ganz teure Wolle kaufen. Auch diese Wolle, ja, hat ihre Berechtigung. Und vor allen Dingen, ihr seht, auch diese Wolle ist recht nachhaltig. Das heißt also, man wirft es ja nicht weg, sondern braucht es immer wieder, also ich sage es euch ja, etwa 20 Jahre nehme ich an, ist dieses Tuch alt. Ihr fragt natürlich, wo hast du alle diese Tücher? Ja, das ist so ein Thema für sich. Also, die Schränke sind schon voll, aber hin und wieder verschenke ich immer noch mal wieder eins. Und es macht mir auch immer wieder Spaß, Tücher zu stricken, viel mehr Spaß als Pullover. Deswegen stricke ich auch jetzt diesen Pseudopullover so gerne. Nun gut, gestrickt diese Woche hatte ich auch aus Garnresten diesen Bandana, diesen Sunflower Bandana. Im letzten Video habe ich euch genau gezeigt, von wem dieses Design stammt. Ja, und ich habe es fertiggestellt und finde es super, super praktisch. Vor allen Dingen habe ich, ja, ein grünes Kleid mit gelb-weißen Punkten und ich finde, das hat auch wieder so einen großen Ausschnitt. Und wenn ich alles leiden kann, aber diese großen Ausschnitte, die habe ich immer gerne verdeckt. Also, ich trage gerne Kleider, aber, wie gesagt, ja, ich brauche ja auch eine bestimmte Größe, weil ich doch in der Oberweite ziemlich kräftig bin. Und dann sind die Kleider oft ziemlich weit ausgeschnitten, sodass ich, also eigentlich passen diese Sachen oft nicht am Hals. Die sind einfach zu weit und deswegen trage ich immer gerne solche Tücher. Und dieses Bandana, Sunflower Bandana hier, das finde ich also äußerst praktisch. Ich habe es mit einer dickeren Wolle gestrickt als jetzt die Designerin. Ich habe ja drei Fäden genommen. Einmal war das eine Wolle von der Wollfabrik, eine handgefärbte Wolle, die auch sehr schön war. Die hat nämlich den Farbverlauf hier mit diesem Grün und mit dem Orange. Dann habe ich eine gelbe Wolle dazu genommen, also einfach nur ein ganz normales gelbes Strumpfgarn und habe von Lana Crosa die Silcare verwendet. Und insofern ist das natürlich ganz kuschelig. Aber ich finde, man kann es sich auch so einfach nur über die Schulter legen. Ich finde es auch so sehr schön. Besonders gut haben mir hier diese gestrickten Zacken gefallen, die auch wirklich sehr leicht herzustellen sind. Ja, und hier in der Mitte, da gab es ja dieses Herzchenmuster und hier auch, also zwei Streifen mit tiefer gestochenen Maschen. Wie genau? Ja, das kann ich jetzt nicht erzählen, weil die Anleitung ist ja eine Kaufanleitung. Also Bandana, Sunflower. Ich habe mir hier einmal zurechtgelegt, hier habe ich noch meine Wollkette. Ich glaube, die findet man auch auf irgendeinem Video von mir. Ich weiß es aber nicht genau, ich denke schon. Da habe ich also einfach nur eine Schnur gestrickt, hier hin und her rechts, also die rollt sich dann, gar nicht wahr, glatt rechts, sodass sich das rollt und habe dann solche Stoffperlen dran genäht. Und ich meine, ich hätte das schon mal in einem Video gezeigt. So, was ich beim Aufräumen auch noch gefunden habe, was ich demnächst aber auch fertig mache, einen kleinen Quilt, der noch nicht fertig ist für den Garten. Bald, hoffe ich, können wir ja wieder mal draußen sitzen. Oft ist es ja schon im März, aber manchmal erst im April, Mai. Und da habe ich mir für meinen kleinen Tisch auf meiner Terrasse, mache ich mir einen Grandmas Flower Garden. Also etwas abgewandelt und zwar wird dieser kleine Quill, der wird gemacht aus diesen Hexagonblumen. Ich zeige euch mal, wie weit ich damit gekommen bin. Und wie gesagt, ich habe ihn mir jetzt hier zurechtgelegt, damit ich immer mal, wenn ich Zeit habe, noch ein Blümchen herstelle und hier dran nähe. Also das hier werden die letzten Blumen sein. Also ich muss noch hier diesen graufarbenen Rand hier ergänzen. Da habe ich noch Stoff, den ich dazu verwende. Außerdem kommen auch noch ein paar schwarze Hexagone dran und dann werden welche in orange-schwarzen, das habe ich auch noch. Ja, und von diesen orangefarbenen Stoffen, da finden sich, glaube ich, noch einige Reste in meinen Stoffvorräten. Ich zeige euch mal, wie schön ich die jetzt auch geordnet habe. Tja, ich bin ganz stolz, dass ich diese Woche mal geräumt habe. Also ich habe meine kleinen Stoffreste, habe ich hier in diese Box reingegeben. Die Box, die hatte ich mir mal hergestellt. Und zwar ist das eine Kühlbox, die ich bei Ikea gekauft hatte. Und auf dem Deckel der Kühlbox habe ich dann hier diesen Patchwork-Block genäht. Und zwar von Hand aufgenäht und auch hier einen Rand. So, und den habe ich jetzt diese Woche versehen mit meinen kleinen Stoffresten. Schaut mal, wie schön das aussieht. Also, ja, das sind Stoffreste drin von vielen, vielen Jahren Patchwork-Arbeit. Ja, und was mir überhaupt nicht mehr gefallen hat, das ist dann wirklich auch mal in der Mülltonne gelandet. Aber ihr seht, hier werden sich noch einige orangefarbene Stoffe finden. Also hier sieht man eine Hervorplätzen mit Orange. Gelb kann ja auch genommen werden. Hier sind orangefarbene. Und dann hat mir aber auch noch eine Freundin eine Tüte gebracht mit ganz kleinen Resten, die ich, ja, mit kleinen Blümchen. Und da sind auch einige orangefarbene dabei. Also, es gibt viel zu tun. Und ich kann euch nur dazu animieren. Setzt euch hin, beschäftigt euch mit Handarbeiten. Also, ihr glaubt gar nicht, für was das alles gut ist. Es, erstens mal kommt keine Langeweile auf. Zum anderen hat man nachher schöne Ergebnisse. Und man hat immer ein kleines Geschenk zur Hand, wenn man jemandem, den man mag, etwas schenken will. So, ein bisschen weiter gestrickt habe ich auch an meinem Halbmondtuch nach der Vorlage von Sylvie Rasch und mit der tollen Wolle von Karle Nessa. Schaut mal. Also sehr viel werde ich da nicht mehr stricken, denn es, ich habe mal gewogen, es sind nur noch ein paar Gramm und das letzte, ein paar Gramm Wolle da und das letzte Drittel der Wolle braucht man für einen Rand. Also, es wird jetzt, es werden noch vielleicht zwei Reihen hin und her gestrickt und dann kommt der Rand dran und dann kann man dieses farbenfrohe Tuch, Halbmondtuch auch wunderschön um den Hals tragen und es hat seine Wirkung. Schaut, ich finde es einfach immer schön, solche bunten Sachen zu tragen. Also, das wertet jede Kleidung, jede einfache Kleidung auf. Das hier ist ein graues T-Shirt, ja, also das ist jetzt nicht so sehr einfach, da sind hier so gar solche Sashiko-Stiche drauf, fand ich damals sehr schön. Aber es ist halt grau und mit einem schönen bunten Tuch, also, ich finde auch pink oder ganz rot, finde ich schön dazu. Ja, damit kann man also immer wieder ein anderes Aussehen erreichen. Ja, für heute soll es mal wieder gut sein. Mehr kann ich euch nicht erzählen. Wie gesagt, nächste Woche werdet ihr mich nicht sehen. Bleibt mir bis in 14 Tagen gesund. Beschäftigt euch. Strickt euch Stulpen. Ich kann nur immer sagen, ran an die Nadeln oder macht euch einen Projektbeutel oder was auch immer. Oder häkelt euch irgendwelche Scrennies. Heißen nicht Scrennies. Heißen Crannies. Also, ja, nicht Scrennies, das habe ich jetzt verwechselt, glaube ich, mit diesen, ja, mit diesen Haargummis. Ich glaube, die haben, ja, also mit den Namen, das finde ich immer ganz schlimm bei mir. Aber das nimmt auch zu mit dem Alter. Ich kann euch nur darauf vorbereiten. Es ist einfach nur schlimm. Also, ich habe jetzt sprechen wollen von den Scrennies. Da hatte ich euch ja schon mal ein Buch in die Kamera gehalten und sage dann Scrennies. Also, ja, das ist einfach so, wenn man Videos aufnimmt, dann ist man oft nicht Herr seiner Sprache. Aber in diesem Sinne, liebe Leute, bis nächste Woche. Alles Gute. Eure Elisa.